Ja, okay, mal wieder einen Punkt rausgepickt aus U-Watch. Corona-Mann von Geburt an drogensüchtig. Ich habe es ergänzt oder zur Dauerimpfung verpflichtet, ihr Verfluchten. Ich kann das jetzt hier natürlich im Trailer nicht ansprechen. Tja, es gibt noch viel mehr Punkte. Könnt ihr dann wieder anschauen, anhören bei VK, bei Bicu, die sich den Trailer bei Wagnus TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile. Ab damit. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.